So, wenn jetzt noch der Sohn des Ältesten der Letzte eintrifft, haben wir glaube ich alle reingebracht, die wir reinbringen können. All right. All right. Oh ja, dass die Elfen... Everyone has been evacuated from Belder. I'm awaiting your command, sir. Good job! We'll block the southwestern road so the elves can't use it. Here is a new task for you, Alyssa. There's been an explosion on the western fort. Find out what caused it. Consider it done. Hurry, let's go! Also ja, laut Tagebuch haben wir jetzt... Was, die Belohnung für die Rettung der Stadt Goblins? Das sind 450 Goldstücke. Okay. Was auch immer die Stadt Goblins sind. Also ja, jetzt hier raus und das alles machen. Oder wir porten uns direkt hin, aber erstmal möchte ich gerne verkaufen Zeug. Und dann können wir hier in den letzten Jahren zu spüren und das ein paar Mal auskaufen. Ja, Herr. Ja, Herr. Jedenfalls ein Teil davon. Ja, Herr. Ja, Herr. Ja, Herr. Immer mit Freude. Also so 200 Steine verkaufen. Wollt's jetzt mal nicht. So. So, erstmal ein Quicksave machen. Und dann geht's hoch zur Festung. Was ist mit dem euch da drüben? Ach, keine Ahnung. Wir werden angegriffen zur Festung. Was ist mit dem, was ist mit dem, was ist mit dem. Was ist mit dem, was ist mit dem, was ist mit dem? Was ist hier passiert? Ja, jetzt müssen wir uns um die Orks da oben kümmern. Er scheint auf dem Weg da hoch nichts zu geben. Also es gibt nur die Schamanenhütte, das Orklager und... Alert! Orks are approaching the fort. They've got gunpowder. I must stop them. No one will escape. What? Who? Us? Yes? My troops are under attack. We are under attack. Ready, hunt to victory. It shall be done. What? Kill whom? Ready, ready for battle. It shall be done. Ready for battle. So, jetzt so die Karawane. No problem. Always with pleasure. Ah, jetzt müsste ich eigentlich erst mal warten, bis meine... What? Vor allem, bis das Gift abgeklungen ist, was gerade meine Paladine tötet. Huh? Aha. Agreed. Who? Us? Ready. Yes? Just think. It's already done. Huh? In a minute. Agreed. What? Es wird jetzt eine Weile dauern, bis die Heilung vollständig ist. Sie haben nämlich die Hälfte ihrer Lebenspunkte verloren. I, and only I. Yes? Huh? Shoot your arrows! Ready. On to victory. We attack. Kill them all. Wie gesagt, die Schützen hier, also die Jäger, sind für mich jetzt nur Opfer-Einheiten. So böse ich... So böse es auch klingt. We're going. We're going. Just think. It's already done. Schamanenhütte und ein Org-Lager. Da sind schon ein paar Truppen drin. Hurry. Let's go. Die können wir aber ein bisschen ausdünnen. Let's demolish the Org-Camp. Lass uns das Org-Lager zerstören. Yes, sir. It shall be done. Yes? We'll stick them. What? Yes. It will be done. Yes. Yes, sir. Yes? Bows are ready. Who? Us? So, meine Paladine sind auf dem besten Wege zur Besserung. Sie regenerieren halt im Kampf keine Lebenspunkte. Das sollten wir auch beachten. Ready. Hunt to victory. Just think. It's already done. We're going. Hurry. Let's go. Always with fighter. Yes. All right. We're going. Huh? Agreed. Uh-huh. Kill whom? We're going. Huh? Shoot him! Yes. Shoot your arrows. Yes. Hunt to victory. It shall be done. No prone to victory. What? 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 We're going. So, dann schicken wir die mal vor. Come on, folks. Shoot him! Always with pleasure. Hey! So, Vampirismus hält meine Paladin etwas länger am Leben. Die Orks wurden besiegt. Wir sollten zur Hauptstadt zurückkehren. It shall be done. It is done. No problem. So, okay. What? Just think. It's already done. Das heißt, die Richtung haben wir geschafft. Können jetzt bei der Festung das Gift abgeben. Das Gegengift. All right. Wir haben halt hier drüben, jenseits der Festung, noch ein paar Sachen. Ich glaube, dann nehme ich den langen Weg zurück. Ja, weil von hier aus, vom magischen Geschäft aus, wenn ich hier so gucke. Also, ja, gut. Da ist eine Steinmine. Die ist irrelevant. Hier wäre noch eine Monsterhöhle. Hier ist noch ein Bärenlager und hier ist nichts. Okay. Hier ist noch ein Lager. Also, ja, Bärenhöhle, Monsterhöhle und Lager. Das können wir alles zerlegen. Es gibt viel zu tun. Dann gibt es nur noch den oberen Bereich hier. Scheinbar. Mann, ich hätte jetzt wirklich genug Geld, um gleich Paladine zu holen. Aber es ist tatsächlich ein... What? Oblager. Huh? That'll be fun. And aim. Hurry, let's go. Shoot your arrows. Always with pleasure. Und Paladin haben mal einen Stufenlauchstern. Das ist jetzt gut. Just think, it's already done. Always prepared. Wie gesagt, ich weiß nicht mal, ob ich die überhaupt aufwerten könnte, wenn ich das dann denn wollte. Es gibt viel zu tun. Hm. Alright. Huh? Hm? We'll stick them. What? No problem. No problem. It shall be done. No problem. It shall be done. Okay, das ist wieder nicht gut. Ready for battle. It shall be done. Nee, ihr hattet euch zurück. Yes. Certainly. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Victory. It is done. Always with pleasure. Äh. Können wir den mal... Wehe, du bringst... ...meinen Magier um. We're going. All right. Hurry, let's go. Hurry, let's go. We're going. Ihr wisst gar nicht, wie sehr mich das jetzt ankickst. Waladin. Always with pleasure. Let's go. Hurry, let's go. Run to victory. No problem. Something terrible happened while I was away. Wer hat die Vorfahrt, etwas Schreckliches geschehen? Okay. Wo war mein Quicksave, mein letztes? Ach, die Jungs zum... Just think, it's already done. Hurry, let's go. We're going. Hurry, let's go. Hurry, let's go. Just think, it's already done. Always prepared. We're going. And? We're going. Hey. Ihr könntet die Orks angreifen. Das wäre nett. Gut. Gut. Just think, it's already done. Yes. Yes? In a minute. Come on, folks. Agreed. Ready. We're going. All right. Okay, das heißt, ich muss mich wirklich in die Hauptstadt zurückporten. Come on, folks. Ready. What? What?